Von hier aus heben heute und morgen keine Flieger ab und nur rund ein Drittel aller Ankünfte landet am Flughafen. Die Beschäftigten der Sicherheitskontrolle sind im Warnstreik, die meisten Passagiere rechtzeitig informiert. Wir waren bei Kiel die letzten zwei Tage und schon haben wir im Radio, in Nachrichten gehört. Wir sind dadurch gute drei Stunden früher hier am Flughafen, weil wir hier eingesammelt werden von dem Bus. Ja, drei Stunden näher sind wir, aber es ist wie es ist. Heute Nacht ab drei Uhr startet dann der Warnstreik bei der Deutschen Bahn. Davon ist auch die S-Bahn betroffen. Nach Ende des Ausstands gegen elf Uhr sollen dann so viele Verbindungen wie möglich nach dem regulären Fahrplan angeboten werden, teilte ein Bahnsprecher mit. Während des Streiks müssen wir mit massiven Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. Nach Ende des Ausstands kann es im Laufe des Nachmittags noch zu Beeinträchtigungen kommen. Das Derby am Freitagabend hat für die S-Bahn Hamburg Priorität. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Fans wie geplant zum Stadion und nach Hause bringen können. Auch die Sonderzüge sollen fahren. Die Reaktionen zum Streik sind geteilt. Ich mache alles mit dem Rad dann. Und ist zwar blöd, weil ich das ja auch in der Bahn mitnehmen darf, aber ja. Wenn der Bahnchef sich zehn Prozent mehr zahlt, dann wollen natürlich die Angestellten auch ein bisschen mehr haben. Das verstehe ich. Aber sonst, ja, ist es ein bisschen schwierig. Auf die Polizei kommt morgen das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli zu. Eigentlich alles wie gewohnt, sofern die S-Bahnen wieder pünktlich fahren. Wir gehen nicht davon aus, dass das Verhalten des Streiks und die Auswirkungen auf das Derby auch strahlen. Weil die Streikmaßnahmen ja, glaube ich, bis 11 Uhr angekündigt sind. Das oberste Ziel der Beamten verhindern, dass sich die Fangruppierungen unkontrolliert über den Weg laufen. Die St. Pauli-Fans wollen sich im Bereich Jungfernstieg treffen. Gehen, falls dann halt eben bis zum Bereich Udmarschen mit der S-Bahn fahren und von dort aus einen Fanmarsch starten. Die beiden Gruppierungen werden einmal im Norden für die HSV-Fans und im Süden für die St. Pauli-Fans das Stadion betreten wollen. Am S-Bahnhof Stellingen dürfte es morgen auf jeden Fall sehr voll werden, sollten die HSV-Fans wie üblich mit der S-Bahn hier ankommen.